Da ist das Geheule groß! Hahaha Okay Okay Nemesis, wenn du so willst, dann können wir auch so spielen. Das ist kein Problem Bitch Darf nicht wahr sein. Äh, ich schau gleich mal wie hier die... Äh, na? Der Mine Thrower gegen ihn wirkt Bin gespannt Äh, na komm Ah, hier leiten Ich hab's vergessen, jo Äh, wann was da? Mine Thrower, schon mal reloaden Achso, na egal Don halt nicht! Nee Das geht mir gerade schon ein bisschen auf den Zeiger Ich lass es nur gerade nicht so raushängen, dass es mich ziemlich nervt, dass ich gerade hier von Nemesis ein bisschen lieb gehabt wurde Ich mag ihn nicht Nö, absolut nicht Deswegen mach ich ein Safe State hier So In your face Ja, ich weiß Was? So Jetzt aber Round Two, Bitch Das letzte Mal hast du ja gesehen, habe ich hier nicht ernst gemacht, aber jetzt, ey, jetzt, jetzt gibt's was Na Na Ja, komm her, jetzt, komm her In your face, hab ich getroffen, ne, natürlich nicht Oh Oh Ich lass mich aber auch echt immer treffen von dem Eat it! Jawoll Hat's mehr oder weniger deutlich gesessen Eat it! Oh Ganz knapp Nippen Dodge Ähm, nimm, 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 nimm Magnum Ziel in seine Richtung, dankeschön Oh Okay, jetzt ist ich ohne Grenade-Launcher, da ist, ohne Rocket-Launcher bei ihm Das heißt Eat! Äh, ja Nicht mich Nee Ist das unmöglich Ja, Nummer 1 Oh, klick, klick Äh, Moment schon So Breathe around Da Äh, equippen, was eine gute Idee Oh Exist denied Komm Hau drauf, Chill Hau drauf Ja, hoho, woho And that's The way babies are made Geht doch Geht doch Tschüss Männlichkeit Wie unglaublich spannend ich das gerade war Was hab ich getan Ich bin sorry, Jill Please Wake up Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet Wie es sich im Körper des ähm Maskulinen Alphamännchen Alfamännchens anfühlt Sprich Carlos Dann werdet ihr das jetzt sehen Dann werdet ihr das jetzt sehen Dann werdet ihr das jetzt sehen Don't worry, Jill This chapel is safe I've been infected by the virus Haven't I Hey Take it easy I'm okay Don't feel any pain But that's what bothers me If I can't feel anything Then what does that mean Don't give up, Jill I'll take care of you Whatever you do Don't let that virus beat you So, jetzt natürlich hier extreme Männlichkeit Wir sind als Carlos unterwegs Und Ich kann erstmal das Teil hier ablegen Wir haben Natürlich hier die Machine Gun Und äh Die äh Hando Gun Die aber eben aber wirklich Es kommt mir vor, als ob es aus Plastik wäre Irgendwie Wenn ihr das vielleicht mal seht Wie viel Damage die macht Geht gegen Null Finde ich Viele Männer, da sagt Carlos natürlich nicht nein So Aber ich hingegen schon So lange ich hier die Kontrolle über Carlos hab, ne? So, dann lassen wir uns hier nochmal anstecken Jawoll! Au Mann! Extreme Football-Karriere Hat er gerade nochmal hier raushängen lassen Großartig! Weiter so Ähm Was haben wir hier noch irgendwie So Hertha-Itsingsländer Cool Hm Hier wäre übrigens die erste Spieluhr, die ihr abspielen könnt Ob ich ganz vergessen euch zu zeigen Aber man hört es ja eigentlich dann letzten Endes, wann der Ton eben falsch ist Also so schwer ist es nicht Und hier hinten wäre übrigens das andere Äh die andere Spieluhr Hm Und wie ihr gerade gesehen habt Nemesis hinterlässt definitiv Spuren Und nächstes Spiel Ah, Moment Ah, Männlichkeit heute, ey Ihr findet hier höhere Töne Äh, hier hinten, ne? Vielleicht haben wir noch was Für Carlos Bin ich glaube ich noch nie hingegangen bisher Gucken wir mal Och! Och! Ohne Scheiße, die gleichen Viecher, ey Die sind so nervig einfach Mal gucken Scheint aber hier irgendwie nichts zu sein Na komm Äh Nö Absolutamente nicht Seitdem gehe ich nicht rein Ne, ich lebensmüde Ne Okay Okay So, hier ausweichen Dip in Dodge Wunderbar So, ähm Jetzt müssten glaube ich hier nochmal Spinnen sein Aber die umgehe ich Toll Oh, wunderbares Nice Äh, und zwar folgendes Äh, hier waren wir ja auch schon als Jill Und da haben wir da hinten so eine richtig große Glocke Mit der kommt Chill nicht klar Natürlich nicht Aber Carlos geht es logischerweise mit Glocken aus Und kann das natürlich hier wunderbar wegschiebseln So, wir machen den Weg frei Und da so ne Auto bei Carlos Danke nochmal an Floor Waffels, übrigens der mir den mit erzählt hat Den fand ich relativ angemessen So, angemessen ist auch die Die schöne Das schöne entflammbare Fässchen hier Jawoll So, als Jill Äh, als Jill müssen wir übrigens da hinten hoch Also hier Das geht eigentlich mit Carlos nicht Da hinten ist der Park Und wir brauchen noch einen Schlüssel dafür Und das ist ein Ist das gerade hier Das Kein Unterleib, kein Nerger fällt mir da ein Bei dem Teil, was da rumliegt Jetzt, hallo Oh Oh Ich sag's ey, die macht keinen Schaden So, jetzt aber Und vorbei Die macht echt keinen Schaden hier, die Handgun Von Carlos irgendwie So Jetzt haben wir hier Gakino Tsukai 24-Hour Hospital Edition Und treffen auch übrigens wieder auf eine neue Gegnersorte Die mir absolut nicht gefallen Der wird ja doch gleich sehen was Erstmal absuchen hier, ob wir irgendwo Bullets haben Oder Health Items Ja, da haben wir es auch schon Also nicht Health Items, aber auf jeden Fall die Gegner Wie Zombies Ja, doch nicht Denkt nochmal drüber nach, aber Nein, geht leider nicht mehr Seinen Kopf mittlerweile schon verloren Ah, nein, 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 nein Die können euch auch enttaubsen Also, das war natürlich kein Zufall, dass die euch genau das gerade gezeigt haben So Vertragen leider auch extrem viel Bullets Jetzt kann man klar da unten, so Ja Aber doch alles in Ordnung von den Health her Hier haben wir Red Herbs Ja, okay, mit Carlos kann man die kombinieren Denn ich glaube, so viele Grüne findet ihr hier gar nicht Irgendwie findet ihr hier gar nichts Dann seid ihr uns gerade, wenn ich es gerade so sehe So Na komm, hallo So Hier drin haben wir auch Ink Ribbon, glaube ich war es Und ich glaube ein Health Spray Also First Aid Spray Ja Jawoll Ink Ribbon Irgendwo haben wir hier das Health Spray First Aid Spray Ich glaube hier hinten irgendwo drin Oder? Ach da, ah ne, da hinten, ich seh's schon So Hier noch das First Aid Spray Wie viele haben wir noch im Clip? 90 Und das waren nur zwei von diesen Huntern, glaube ich, waren es ja Scheiß Viecher einfach, ey Ähm, 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 okay Hier haben wir nichts Aber hier hinten müssen eigentlich Bullets zum sein, das sehe ich doch schon Jawoll Wunderbar Also ich finde sowieso die Ammo für, ähm, für Carlos' Ähm, Handgun ist sowieso relativ limitiert, finde ich In dem kleinen Part, in dem ihr hier mal in die Männlichkeitsrolle schlüpfen dürft So Tape Recorder Haben wir hier Den müssen wir logischerweise jetzt hier Ist der, äh, Elevator Den können wir aber nicht bedienen, das heißt, ihr müsst da, ähm, hat eine Spracherkennung Und dann nehmt ihr logischerweise das Und dann passt das So Und wie man das ja so kennt, in Survival Horror Games sind natürlich, ähm, Fahrstühle immer eine schlechte Angelegenheit Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir genau hin müssen аю so so